Apple will einen Aktionärsantrag ausklammern, der mehr Diversität auf höchster Führungsebene durchsetzen soll, indem das Gehalt von Apple-Chef Tim Cook an eine entsprechende Zielerreichung geknüpft wird. In dem Schreiben an die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission, SIG, führt der iPhone-Konzern an, ein ähnlicher Antrag sei schon zweimal in den vergangenen fünf Jahren eingereicht worden und habe bei der letzten Abstimmung weniger als 6% der Aktionärsstimmen erhalten, wie Silicombit berichtet, die geringe Zustimmung erlaubt nach SIG-Regeln gewöhnlich eine Ausklammerung bestimmter Anträge. Der von einer Investmentfirma eingebrachte Aktionärsantrag möchte erreichen, dass Apple-Zielvorgaben zu Diversität auf oberster Managementebene an die Leistungsvorgaben für die Bezahlung von Cook knüpft. Die Bonuszahlungen des Apple-Chefs sind bereits an Zielvorgaben geknüpft, bislang aber nur in Bezug auf wirtschaftliche Kennzahlen. Wegen eines erheblichen Aktienpaketes gilt Cook als bestbezahlter CEO unter den größten US-Konzern. Die Bonuszahlungen des Apple-Chefs sind bereits an Zielvorgaben für die Bezahlung des Apple-Chefs.